Da sind wir doch bei der Frage, Herr Wali, wie lange hält denn so eine Ampel noch, wenn die einmal auf der einen Seite Mutlosigkeit sich zeigt und nichts richtig auf den Weg kommt, sondern nur starke Worte, die da im Nirwana sich auflösen in lichte Wolken? Ja, vielleicht erleben wir den Beginn von der kreativen Zerstörung. Dieser Laden wird nicht mehr lange zusammenhalten, aber es gibt ein paar technische Daten. Einmal ist der 8. Dezember, dann ist die Regierung und die Vereidigung dieser Regierung zwei Jahre her. Wenn man das dann geschickt fingert mit einer Vertrauensfrage und Parlamentsauflösung, wird die ganze Legislaturperiode geldmäßig anerkannt. Wünschen Sie sich das oder riecht es danach? Im Augenblick erstmal nicht. Es braucht nämlich noch den SPD-Parteitag, der kommt danach, der geht bis zum 15., 16. Dezember und dann kommt die Weihnachtsruhe. Ich denke, im nächsten Jahr wird man dann sehen, weil dann merkt man auch, geht der Haushalt 24? Wie lange geht der Haushalt 24? Und dann muss sich die FDP auch mal überlegen, das sei die Partei, die sagen könnte, wir gehen raus. Wir regieren so schlecht, dass wir besser nicht regieren. Das wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube, die machen das zwei Jahre durch. Wir werden dann eine ziemlich tote, liberale Partei haben. Die Grünen werden weiter runtergehen und die SPD im Augenblick hat ja diese Regierungskoalition 35, 33 Prozent. Das heißt, die dürften eigentlich keine Gesetze machen, die für ein ganzes Staatswesen bindend sind. Diese Regierung hat fertig und macht aber weiter. Das ist sowas wie eine Zombiehaftigkeit.